So, hallo und herzlich willkommen. herzlich willkommen zurück zu battlefront es geht direkt weiter habe ich mich schon wieder hier verdrückt ok mein kill assist ja und direkt gestorben nice so 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 ok da heißt niemand ok den ersten pot haben wir durch sofort ach fuck dann hat er schnell hinbekommen schnell zu reloaden boah diese waffe ist doch echt geistig dumm es gibt keine guten waffen in dem spiel schade es wäre so geil wenn es gute waffen in dem game geben würde ich verstehe es einfach nicht ach komm spielen wir halt wieder die hier weißt du keine ahnung ich kann mit allen waffen net umgehen ach fuck you alter es gibt es doch nicht ey man ich kotze gleich rum hmm erkennt ihr diesen moment weißt du einfach wenn ach du wurenkind alter meine fresse ok da fliegt jemand in der luft ok mit der waffe kann ich aktuell ein bisschen mehr reißen das ist ganz gut ok komm nehmen wir wieder hier eine auf steht eins eins ok ach dieser scheiß jetpack alter oh alter da hatte ich richtig schlechte reactions ey na aber egal immerhin habe ich ihm ordentlich eingeschenkt ich hoffe einfach mal mein team ist kompetent und macht das jetzt da hier hier die sch substance dass sie hier 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 j mixes Was ist denn das? Wir holen einen anderen Skate-Pot-Homie. Ein Orbitalstrieke. Oh, das ist ja perfekt. Gucken wir mal, was passiert. 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 Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier für eine Paddy? Ja, den Pod haben wir. So. Ich bin auf ewig und allein. Ich bin auf ewig. Ey. Ey. Mein Team muss auch mal was machen. So. So. Ich bin auf ewig. Habe ich. Ich bin auf ewig. 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 Und ich bin auf ewig. Ich bin auf ewig. Ach. Das ist doch wohl ein Witz. Ey. Ich kann doch nichts machen. Wenn alle auf mich draufheizen. Weißt du, von wo die überall kommen. Wo ist eigentlich mein Team? Ist mein ganzes Team AFK oder was ist hier los? Ich habe das Gefühl, ich bin als einziger unterwegs und mache überhaupt irgendwas. Ich habe zwar noch keinen Kill gemacht, aber ich versuche wenigstens es irgendwie zu holen. Ja, noch weiter weg geht ja nicht, oder? Boah. Ah, 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 ah. Ach ja, und dann steht da noch einer mit seiner Blaster Gun. Seitdem ich den Jetpack habe, habe ich keinen Kill gemacht. Ob das was zu bedeuten hat? Hä? Hä? Auf die Entfernung. Sorry, Leute. Nee, das geht nicht. Auf so eine Entfernung hätte er mit dieser Waffe niemals mich so machen können. Der hat gehackt. 100 Prozent, da gehe ich direkt raus, ey. Sowas unterstütze ich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, nett. So, und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Naja, morgen vielleicht nochmal eine Runde. Ich schaue jetzt mal, wie viele Folgen das ergeben, was ich heute alles aufgenommen habe. Ähm, ja, ja. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Star Wars Battlefront Beta. Wenn es das nächste Mal gibt, ich weiß es noch nicht. Aber, also bis jetzt. Ich finde, das ist ein solides Spiel. Können wir auch mal... Naja. Ich könnte ja vielleicht auch nochmal so eine Singleplayer-Mission machen mit dem Nil zusammen, dann irgendwann, wenn der mal wieder online ist. Was der jetzt aktuell aber nicht ist. Ähm, naja. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank.